Hallo Leute und damit willkommen zurück zu Dunkelcom Country mit dem Flash. Mit Centos. Dessen Aufnahme eben noch nicht lief. Ne. War ja zu blöd dazu, wa? Ne, unter anderem nicht. Unter anderem doch. Ne. Hier war er, ne? Ne, tiefer. Ja. Da. Ah ja. Da sind wir ein paar Leben holen. Ja, ich würd so sagen, bei dir vielleicht 40, 50. Ja, ich auch. Warum? Weil du nicht mal ganz. Das ist ein guter Ansatz. Kannst nicht mal. Wir sind für so ein ganzes Level. Ich meine 40, 50 pro Level bei dir, ne? Fick dich. Du bist so gemeint zu mir, Leute. Ah, möchtest du geknuddelt werden oder Mitleid haben? Von dir, ne? Ne, aber vielleicht von den Zuschauern. Das wird nix. Wolle muss ich hier erstmal wechseln. Jetzt ist der Ballon eh weg. Futsch. Wie eine Seifengase. Ja. Ist klar. Wieso komm ich da rüber oder wie? Willst du mich verarschen eigentlich? Woll, 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 woll. Woll doch. Nein, will ich aber nicht. Ich krieg das eh wieder nicht hin. So blöd wie ich bin. Timing, Timing Centos. Nein. Finde ich nicht. Nimm das Ohoho. Willst du ein Oho kaufen? Was, du willst ein Oho kaufen? Willst du ein Oho kaufen? Okay. Ah, einen hatte ich nur das noch. Ich würde jetzt auf jeden Fall gleich irgendwas anderes nehmen. Wieso? Weil du jetzt kannst du, du spielst es dreimal. Dann kannst du drei Fische und drei Storche holen. Ja. Ja. Dann kannst du zweimal. Kannst du nicht mal. Und beim Fisch, ähm, nach der Reihenfolge gehen. Und oben, äh, saß oben, unten, links, rechts, oder so. Ja. Wo die zwei war. Ja. Fuck. Ja, sind zu spät. Der Fisch kommt nach dem Nasshorn, aber auch vor dem Frosch. Halt doch, da kommt mit dem Maul. Nö, Fintaschö. Ich bin nicht gesprungen. Ja, ja. Ich darf noch mal ein Dickies Rache spielen hier. Hallöchen. Warum lass ich nicht hin. Bin er da. Ja, ja. Hallo, Diri. Na? Hallo, Diri. Hallo, Diri. Gissi. Gäbili. Läschili. Hallo, Diri. Läschili. Gäbili. Gätsili. Hallo, Diri. Läschili. Diri, der stirbt Läschili. Und gleich Läschili. Der stirbt Läschili. Oder auch nicht. Jetzt hat er es geschafft. Nach wie viel Versuchung 5? Ja. 5 oder 6? 3. Nein. Da, Endgegner. YOLO. Capolo. Ich geh jetzt zurück. Oh nein. Nein, nicht. Komme ich nochmal zurück? Weiß ich nicht, ob du da nochmal zurückkommst. Frage ich mich gerade auch. Was war das denn eben für ein Scheiß? Weiß ich nicht. Lauf, VHS. Och, das geht aus? Ja, ja, klar. Damit kannst du diese dunklen Felder aushöhlen. Das haben wir nie gemacht. Boah, ich irgendwie nie wusste wirklich, dass das geht. Das war, glaube ich, der Einzige, was du hier schon richtig machen konntest. Dieses Werfen von anderen oder so. Das kommt ja erst in den nächsten Teil, was ich geil finde. Fuck. Und das springt natürlich zu früh wieder. Schäm dich. Nein, schäm mich nicht. Das hat er doch gerade. Herzlich beschämt. Schminkst du wieder runter? Schade, schade, schade. Banade. Schade, 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 Banade. Ich mag dich doch, Zendus. Auf einer ganz besonderen Art. Nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Das geht eh nichts. Geh einfach. Nein, ich geh da nicht rein. Vergiss es. Sag dich ja. Kopf juckt, Kopf juckt. Vielleicht fragt es ja. Du musst nochmal steigern nochmal, oder hast du schon? Ich habe so safety first schon gemacht. Kein Problem. Ich komme erst mal zurück. Level farm. Ach ja. Leben farm. Aber alles gut. Ja, Leben farm. Und nicht level. Sollst du nicht immer meins glauben, was ich immer schon falsch sage. Genau wie, ähm. Hä? Äh. Ja? Raub sie. Gehst du raub sie? Willst du gleich drauf sie nochmal spielen? Äh. Nö. Es wird so. Mirandum. Ich wollte schon Bock drauf haben. Kurze Pause machen, können wir machen. Ja. Da bin ich schon Lust drauf. Na man, ich habe irgendwie die ganzen Tage voll Bock drauf. Ah, verzeck. Ja. Ja, wir können jetzt. Ja, Pokémon sowieso, allgemein ist ja auch. Ist ja allgemein auch ganz gut immer. Oh. Mach er hat ja drei. Habt ihr schon drin? Kein Gesichtsausdruck bei Donkey Kong. Hä? Der Gesichtsausdruck dabei so. Oh. Ich hab ein Fass in der Hand. Oh, 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 oh. Ja. Ich hab ein Fass in der Hand. Oh, hopp. Was ist passiert? Ja, kein Fassi. Ah. Wir sind auch ein bisschen Zeitverschwindet, also. Ja. Das ist hier in die Leben eh nicht ganz. Ich brauch nur so 20 Stück oder so. Wollte ich machen. Naja. Oder einmal hier durch und dann ist gut. War das jetzt eigentlich der letzte Offenschrift? Oder waren das ein paar Leveler da? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das war einfach nur der Endgegner. Von mir aus genau, aber auch danach, wenn du es geschafft hast, auch bei Händen eigentlich. Nö, ich möchte, dass du es auch schaffst. Ja, ist klar. Klar, warum nicht? Ehrlich? Ja. Nö. Ich möchte, dass du es auch fortführst. Hm. Du mich auch. Komplett straight ahead durch. Ja, ja, ist klar. Ich glaube, die anderen Teile machen wir wieder zusammen. Achso, möchtest du das? Ja. Mach mir nix aus, Zendos. So, wen nehmen wir? Wen nehmen wir gleich? Komm mal schnell gegen Unky Donkey Kong vorbei. Ja. Vor allem. Zum letzten Endspurt hier. Ja. Vor allem hätten wir eigentlich auch gleich daraus eine Challenge machen können, wer das zuerst durch hat. Weil wir gegeneinander gemacht haben. Problem ja gelöst. Ja, du wärst eh durch gewesen als erstes. Aber, ehrlich? Egal. Jawohl, gib deinen Daumen hoch, dass ich schon am Ende bin. Du bist im Hintergrund. Nein. Doch. Das ist nur ein positives Feedback für uns. Mir ist das nicht. Ja. Nur ein paar Daumen krieg ich schon. Ja, die kriegt ja jeder von uns. Ich hab auch zwei Daumen. Mehr kann ich auch nicht machen. Und die stecken mir im Arsch, ne? Sicherlich, klar, ey. Hallo? Schwarzer Weid. Haha. Braunarbeit. Braunarbeit. Was ist ein Schaden, ey? Nein, ich hab eine Blase im Handballen. Diese scheiß Zocker. Du sollst dein Handballen nicht mal im Blasen. Du sollst dein Handballen nicht mal im Blasen. Aua. Tot. Und tschüss. Fallon. Ich hab hier noch ein Spiel liegen, was ich eigentlich mit tun kann. Komm, wir da. Boom. Was für Sprites. Ja. Ah, fuck. Falsche gedrückt eben. Das ist ein bisschen Zeit verloren, ne? Zettos. Nein. Nein. Ich doch nicht. Wo denkst du denn jetzt hin? Dede, 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 dede. Das ist auch mal so komisch, ne? Obwohl, du hast jetzt Urlaub. Ja. Ich kann mir jetzt ein bisschen meine Zeit einteilen. Du warst noch ein bisschen später da. Ja. Deswegen. Da auch was tun. Sonst hätte ich vorhin schon mit dir aufgenommen. Ich muss halt was tun. Ja, ja, klar. Kann ich ja nichts für. Nun sag ich ja nichts. Ich hab ja nicht so einen wunderschönen Urlaub und so eine wunderschöne Arbeit wie du. Ja. Komm schnell. 15 Stück noch. Hall. Wie? Super. Applaus, Applaus. Wunderschöne Arbeit, wenn das hier wie jeden Tag. Ja, klar. Naja, würden wir überhaupt nicht wirklich jeden Tag machen. So ist das ja nicht. Würde man vielleicht ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Dö, das? Ja. Man könnte das besser einteilen mit dem Aufnehmen überhaupt. Ja. Man könnte schöne, könnte was viel besseres entwickeln. Konzeptmäßig, man kann viel mehr bearbeiten. Ja. Man hat, trotz der langsamen Leitung hätte ich nicht mehr das Problem so wirklich deswegen. Nö. Ich hab so ein optisches Auge dafür. Ja, ja. Ich wollte dich gerade schon steuern. Hol dir noch eine Banane von oben. Jawohl. Ich wollte dich gerade wirklich steuern. Das ganze Ding hier ist voll, würde ich mal sagen, mit den Bananen, ne? Mhm. Aber. Aber Rain. Oh, Wayne. Rain, Rain. Rain, Rain. Sturz halt. Rain, Rain, Rain. Also ich kann dir eigentlich, guck mal, weißt du das auch mal, du kannst ruhig weiterspielen. Ich fange einfach nochmal von neu an. Nö. Nicht? Nö. Wenn mir das Level nicht passt, überspring ich es einfach. Wo willst du hin? Äh, eben speichern, so bei der Tanty da hinten, ne? Ja. Und dann wollte ich eben fliegen und dann zum Big Boss rüber. Na, Zuckermausi? Na, ja, gehen wir noch. Dann wollen wir nicht erst mal die Aufnahme beenden? Ja, das können wir ja machen. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.